Ja, nicht, jetzt quietsch mal kurz, Michiko. Komm jetzt her. Ich hab doch das Kind jetzt nicht her. Hallo und herzlich willkommen zu Themen und Zahlen machen. Komm auf. Heute spielen wir nur in den Javoli. Ja, ja. Und wir klicken jetzt auf Start. Abfahrt, würd ich sagen. Das ist jetzt die allererste richtige Runde von Santino und ich, der Meister. Ich hab Kontrolle angeschlossen, ihr wisst Bescheid, ja. Ja, und ich muss auf diesen rotzigen Mobile einsteigen. Und wir schneiden den an, so scheiß dann am Ende zusammen, ja, ihr wisst Bescheid, gell. Red aber ein bisschen lauter, damit die dich hören. Warte, komm mal her. Wo, wo, wo läufst du grad lang? Ja, reicht. Wo läufst du grad lang? Ja. Was ist mit meinem Fall sehen los? Ich spiel jetzt mal die Runde normalerweise. Okay. Er heißt Björn nachher im Spiel und das heißt, er fragt, weil mein Vater Björn heißt. Und das ist der Erkrank von meinem Vater. Wirklich? Okay, ich sweate es, Leute. Ich glaub, du bist auch grad mitten im Gefecht, oder? Äh, nein. Ich bin im Haus. Wo bist du? Dann bin ich im Kampf gefallen, weil ich einfach grad so scheiße für diese Welt bin. Wechsel halt. Finster raus. Was? Bits. Kein Problem. Bei mir läuft's nimmer so. Gangster. Hm? Ja, ich hab auch schon. Ah, ich hab's gesehen. Ich steh hier grad vor dir und werf's. Bist du die Weiße? Ja. Ja. Ich bin diese Frau. Ich lauf dir mal hinterher, okay? Sprinte doch nicht so. Ich werde dich rechnen. Ich bin gefallen. Ich spiel keine Snapper. Ich bin grad nämlich abgelenkt. Ich hab dich gerechnet. Ich hab ihn aufgelenkt. Wo bist du? Kontakt mit dem Enem. Ich hab ihn in einem Haus und folg einem Gegner. Ich hab ihn hier. 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 ...wollen wir, ähm, auch noch Battle Royale eine Runde? Wollen wir, ähm, auch noch Battle Royale eine Runde? Kann man das auch zur Zeit machen? Natürlich. Also, nach der Runde hier kommt eine Runde Alcatraz Battle Royale. Battle Royale. Oh, dann noch ein Spiel. Alter, was, was ist los mit dir? Du bist grad da hinten am Fighten, ne? Aber jetzt bin ich leider gefallen. Ah, scheiße. So, dass man da steht oder inaktiviert sie. Junge, die sind keine Box. Merkt man. Und trotzdem. Boah, es ist halt so ein Erfolg. Normalerweise vertreibt sich das Spiel zu oft und kriegt nichts ins Gegenteil. Ja, ich hab den angezündet. Ah. Unheil. Ja, find ich auch. Ich weiß nicht, warum ich grad so scheiße bin, Leute. Weil im, im Lego Ninjago 4 hab ich ihn grade zerstört. Geheimsprache. Ich weiß nicht, was mit mir gut ist. Ich weiß nicht, warum ich grad so scheiße bin. Bruder, ich hab jetzt so eine komplett krasse Waffe. Ich hab das Game halt lang nicht gezockt. Ja. Niederlage. Siehst du jetzt gleich? Ja, jetzt dann. Nach diesem Abschlag. So, jetzt kann man's sehen, warte. So, jetzt kann man's sehen, warte. Siehst du's? So. So. Mission fail. We'll get him next time. Ja, ja, ja. Verlass einfach mal Runde. Soll ich nur wissen, wie ich hab? Weiß ich nicht. Verlass mal Runde, bitte. Ich bin jetzt auf Stufe 3. So, 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 so. Jetzt sind wir wieder in einer Runde und jetzt? Battle Royale. Vertrau mir. Wir müssen ein paar mehr Runden spielen, weil das letzte Video, was wir heute hochgeladen haben, waren 3 Minuten. Wir spielen noch eine Runde, okay? Normal, jetzt so eine. Ja, und dann Batterie rein. Ja. So. 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 Jetzt siehst du eh nur die Hand. Ja. Die Hand ist gut. Mach ich so schnell. Und dann, ähm, machen wir eine Runde. Alcatraz by the Role. Und das macht er zu seiner Hauptaufgabe. Das ist jetzt Nukedown. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist es. Das darfst du nicht lassen. Ich weiß nicht. Hier muss jetzt snipen. Da. Auf dich. Ach, er ist ja diese Hektik. Du bist bescheuert. Ich glaub, das ist sogar schon Ranglisten-Spiel, aber ich weiß es grad gar nicht. Ich bin grad scheiße. So, wir werden auch konzentrieren was haben. Oh, ich hab noch mal bei dir. Das ist schon ein paar Blut, dann bin ich sicher. Ach, ich hab noch. Gib ihn mal bei dir. Schöne Schöne. Ich hab auch einen. Ich hab auch einen. Jetzt hab ich einen. Digga, was kommt man aeben? Er hat einen HP oder was? Er hat sich versprullert. Er hat sich versprullert einfach dieser... Ich bin hier nicht kleiner. Das war sicher mehr als alles andere. Das war sicher zu krass. Ich bin der beste Sniper. Junge, ich bin der beste Sniper EU-West. EU-West, bester Sniper? Was geht? Ich hab eine Bombe vor oben gemacht. Der beste Sniper. Der beste Sniper? Der beste Sniper? Der beste Sniper. Der beste Sniper. Der beste Sniper. ich hab glaub grad ne gute kardin ok ich bin der beste du wirst schon sehen hat mehr rasiert das sieht man doch nicht man sieht es ab und zu an ich weiß nicht ich hab die ganze Runde nur mit snapback mal schauen ob du ok ich bin der beste Spieler und jetzt ja jetzt schlägst du meine kardin warte 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 ja vielleicht vielleicht ja du bist Platz 2 klick mal bei in der Mitte bei mir auf diesen Daumen warte 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 ob das funktioniert ne warte mich ja du kannst hier nichts killen das ist battle royale da sind die zwei weißen wir wurden vom kampf des krieges die wir landen dort bei diesem großen gebäude ok wir landen bei diesem großen das ist groß wenn du das ist gleiche lande bei diesem riesen gebäude weißt du was ich meine welches ich meine das gebäude in der mitte du bist ja neben mir ja 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 ich bin tot weil dort ich keine waffe hatte du musst zu mir kommen kommt zu mir komm zu mir ich fahrrecke hier siehst du guck mal auf der karte du nicht ich werde gerade gefinisht du siehst da da wird dieser orangene punkt mit dem kreuz kommen schnell bevor ich komplett die finne ich bin jetzt schnell schnell sonst bin ich schnell hinter dir gott du steckst mir gerade das war eine ganz heikele situation ich bin gerade um sich irgendwo hier sind die gegner kommen springen aus dem fenster da unten sind aktive spritzer die wir töten müssen wo bist du ich komme zu dir du bist zu behindert hier bin ich ich bin wieder tot weil ich nicht aufgepasst habe dass noch einer hinter dir und jetzt hier mich hier mich das bin ich jetzt fasst du mir irgendwann das sind ich bin gerade komplett scheiße ich bin wieder tot von wo da war nicht mal einer doch da ist dann verlassen wir ich bin jetzt ohne kontroler sei nicht so gut ich spiele jetzt ohne kontroler blieb die runde ja super lief die runde und jetzt neue runde kommen verlassen komm in die lobby und jetzt klick auch noch mal auf spielen ok jetzt geht es ab hier ok ich weiß es nicht ich spiele jetzt auch auf handy leute müsst ihr wissen wie du musst euer ehrlich gesagt finde ich die ego perspektive hier gar nicht so geil Willkommen in Alcatraz. Das Spiel beginnt. Okay, jetzt Abfahrt. Leute, jetzt ist der Moment der Wahrheit, gell? Okay, wo willst du landen? Du wirst das entscheiden. Wieder Tower, oder? Direkt nur mit. Das aufsetze ich nicht auf den Skaff-Control. Dein Mund-Control? Ist es der? Ja. Ich habe halt der jetzt im Arsch gewöhnt. Nein. Komm jetzt runter. Hey, ich kann es nicht steuern. Ich auch nicht. Der Profi. Ich bin jetzt einfach in den Baum. Ich bin jetzt einfach in den Baum. Wow, jetzt bin ich hier irgendwo im Arschloch gespawnt. Ich? Hier ist kein Haus. Ach, da unten ist eins. Boah, ich weiß nicht, ob es... Ich glaube, in der Ego-Perspektive ist es gleich... Achso, perfekt. Wenn man schießt, kommt man eh in die Ego-Perspektive. Jetzt habe ich eine Shotgun, Digga. Was ist das? Was ist so eine Cocksteuer? Es ist, glaube ich, egal, ob man in die Ego-Perspektive oder nicht macht. Wenn man schießt, ist man eh in die Ego-Perspektive. Und es ist einfach nur dazu da, um still zu sehen. Das hält mir ehrlich nicht. Ich spiele jetzt wieder in die Ego-Perspektive. Das ist angenehm. Nee, eigentlich doch nicht. Ich spiele jetzt einfach... Ich kann ja die ganze Zeit wechseln, wenn ich nur will. Sind bei dir welche? Ja. Gut, bei mir ist die Ego-Perspektive. Und wenn einer ist, dann ist er besser. So, hab sie kaputtgegangen. Ich habe scheiß Waffen. Ja, die sind alle scheiße. Die letzte Runde... Ich habe keine Ahnung, was du los hast. Hast du ihn? Ja. Hups. Warte, irgendwo höre ich noch welche. Ich höre irgendwo noch welche, aber da wir ja gerade auch auf dem Video aufnehmen sind, und ist es auf jeden Fall richtig schmackhaft, ja. Auf jeden Fall. Was glaubst du, wo sind die? Hörst du noch welche? Nein. Nicht alles. Ich finde, was wir sind. Was gibt es denn? Alles. Alles? Da hinten ist ja, ne? Gibt es Salami? Im Schinken? Dann möchte ich das. Hab einen genockt, hab einen Dead. Mach jetzt Papa Kino. Hab noch einen genockt? Ja, ich habe auch jetzt hier... Krass. Kino war doch nicht genockt. Jetzt ist er aber genockt. Direkt... Ja, jetzt sind wir ein gutes Team. Ist das eine gute Wahl, für euch da? Weiß ich schon nicht. Hast du Maschinenpistolen, Moni? Ich weiß nicht mal, wie man Munition gibt. So, Fahrt, ne? Sag mal, ist das Duo-Modus oder haben wir noch mehr Team-Piler? Duo, glaube ich. Wie viele sind wir in einer Runde? 40. Ne, 40. Guck da oben. Ich hab vier Kills. Wo sind die Kills? Da oben, guck. Ich hab einen, ich hab einen. Haar. Ich hatte auch schon mal 20. In Mobile bin ich besser als du. Ne, würde ich jetzt nicht sagen. Na, so zieh ich mich. Ne. Verrückt die ganze Zeit. Einmal in einer Runde, beruhigt dich mal. All, äh, fünfmal in einer Runde. Na und, die Runde war einfach nicht mehr eine Runde. Chill. Scheiße, Stromspann-Modus. Hey, hier ist keiner mehr. Freu dich halt. Oh, was ist das denn, ne Waffe? Wie kann man ne Waffe nehmen, ne? Ne Waffe auswechseln. Tipi-tipi-tapa-tupa. Ich hör hier bei Gegner schießen. Hallo, ich will die haben. Komm her. Ja, ich will die haben, denn. Du kriegst die mit den händlichen Wissen. Weiß ich doch nicht, ist ein Fehler grad. Du hast eh ne gute Runde. Ich mag sie. Ja, dann wechsel sie eben woanders. Die kannst du grad nicht aufnehmen, ist ein Fehler. Komm. Dicker, das sieht grad aus wie bei Anime bei mir. Ja, aber guck, die kann ich auch nicht aufnehmen. Dann hast du grad einen Fehler. Ich will aber keinen Fehler. Jetzt komm. Ah, doch, jetzt kannst du aufnehmen. Lass Gegner suchen. Komm mal zu mir. Lass die Leute bespritzen. Da hinten ist er. Hab ihn genockt. Lass mich ihn mal looten. Ich brauche mir die Maschinenpistole. Hab ihn genockt. Ich hör hier aber noch welche rumspritzen. Wo sind die? Immer so. Wo bist du denn? Da sind die. Da sind die. Die ist auch. Junge, die haben viel zu viel. Die haben auch einen noch. Ich hab ihn noch. Ich hab ihn noch. Ich auch. Ich hab jetzt auch viel Kills. Okay, ich komm. Immer locker. Nichts locker. Ich bin doch schon fast da. Dann sammle jetzt auf. Ich hab ihn tot gemacht. Der Kaffee ist auf. Tippen. Und jetzt einfach was anklicken. Außer die Waffen. Okay, jetzt hab ich meine Maschinenpistole wieder voll. Wie viele Kills hast du? Fünf. Ich hab vier. Ich hab einfach grad nur... Guck mal da hinten ist rot herauf. Lass mal da hin. Ach, Zone. Scheiße. Hättest du es mal was vorher gesagt? Ich weiß nicht mal, dass die andere existiert. In jedem Battle Royale existierten Zone. Du Knecht. Und jetzt verrecken wir wegen dir. Äh, nein. Also ich werd nicht verrecken. Ich bin ziemlich fett vorne. Ja, ich auch nicht. Aber trotzdem. Wir sind fast in der Safe Zone. Ich bin in der Safe Zone. Nö, ich auch. Ich hiel mich kurz. Hol die kurz weg. Wurde. Kann man nicht verschossen. Ja, da hinten sind die. Ich hiel mich kurz. Wo spritzen die? Ein hab ich. Wo sind denn die? Und wieder keine Munition? Da oben sind sie. Ja, komm mach schnell her. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich hab keine Munition. Regt mich auf. Sammeln halt welche auf. Ich hab... Wo? Tim. Überall. Hier ist nix. Dann komm jetzt hier hinten hin zu mir. Da sind Gegner. Und dann nimm die Munition von dir. Guck mal hier ist auch ein Gegner. Ich hab den. Fünfter Kill. Bruder, hier sind zu viele Gegner. Die werden mich safe töten. Nein. Digga, ich werd schon beschossen. Ich geb mein bestes Mal. Wie viel Muni hast du? Hab den. Sechs Kill. Ich gönn ihn mir mal. Ja, gönn dir den ganzen Monot. Wo sind denn die? Ich hab immer noch keine Munition. Wollte mich eigentlich komplett. Überall liegt Munition. Überall. Guck mal. Hier. In der Kiste jetzt zum Beispiel. Hier. Da liegt auch Munition drin. Wo? Ja, überall. Die hab ich. Digga. Hier ist überall Muni. Oder ich hab elf Fuß. Das ist doch viel. Digga. Hier ist ein Mikrofon. Hab noch rein. Guck hier. Da liegt auch Munition. Wo? Ja, jetzt ist sie nicht mehr da. So, guck jetzt in die Kiste rein. Da muss jetzt auf jeden Fall welche drin sein. So blöd kannst du auch nicht so sein. Ich hab immer noch 30 und elf. Das verändert sich nix. Guck. Jetzt gibt's hier nur noch Waffen und Rüstungsreparatur, Digga. Ja, dann musst du halt weitersuchen. Ich kann dir auch nicht helfen. Ich weiß nicht, wenn man das abgibt. Warte, hier. Ich glaub, ich kann dir was geben. Was ist denn MP Munition? Ich hab jetzt... Man, ich hab keine MP mehr. Warte, nein, 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 nein. Ach, scheiß drauf. Warte, du Dinge. Froh mal spülen. Und wir suchen die letzten Gegner. Es lebt Monatsvoll. Monat. Mhm. Das geht hin mir noch. Ich hab grad nach. Hier liegt Munition drin. Da ist eine legendäre Reinigung. Das ist ein Feuer. Werfer. Pass jetzt auf. Die sind hier. Wir werden bespürzt. Ab dem Feuerwerfer. Hab ihn. Ich hab den Anhilator von... Okay. Ich hab den Anhilator. Hans geht zur Flammenwerfer. Es lebt nur noch einer. Ja, ich hab den Flammenwerfer. Ich hab Anhilator. Lass mich dir mit den Flammenwerfer kennenlernen. Ja, okay, versprochen. Wir suchen ihn und dann das Dünne bespritzen. Okay, wo sind denn die? Aber ich will zusehen, wie du ihn mit Feuer machst. Nee, es leben... Ja, doch. Es leben nur noch einer. Es leben nur noch einer, ja. Ja. Man kriegt ja auch keinen Windschaden, ne? Doch. Ah, nee. Wo bist du? Hier im Haus. Okay, dann lass den mal suchen. Wo ist denn der Typ hier? Finde ich auch so tatsächlich. Komm, lass mal hier vielleicht irgendwo. Wo bist du? Ach, ich glaub hier liegen... Oh mein Gott, ist das mir gerade drin. Nee. Tut mir leid. Ich muss den letzten Gegner wegfetzen. Wieso? Ich hab gerade die geilste Pappkummer. Das ist so eine legendäre, mythische Boom-Bomb. Okay, ist das schon. Nee, da ist keiner. Ich hab ihn verbrannt. Boah, hey. Das ist eigentlich ein guter Video gewesen. Wir haben aufgenommen. Hm? Wir haben die ganze Zeit aufgenommen. Finde ich gut. Du hattest sechs Kills, ich hatte zehn. Das war doch eine schmackhafte Runde. Und wir sehen uns das nächste Mal bei... Tim. Und Zahlen. Machen. Kacka. Und man sieht sich... Übermorgen. ...in deiner Mutter. Also. Vielen Dank.